was passiert aber ich glaube es geht es geht jetzt wieder okay hat jetzt alle aktionen resettet auch gott sei dank gott sei ich dachte schon das wäre jetzt alles für den arsch ja aber jetzt sind wir wieder bei der altbekannten problematik wir müssen wieder geld anschaffen weil edison uns einfach mal ihre 1000 dollar aus der tasche gezogen hat und wir jetzt da stehen und ja nix von dieser zusammenarbeit quasi gehabt haben bis auf irgendwie 200 dollar die sonst eingespielt hat aber da muss ich mich wirklich noch mal informieren ich mache das jetzt mal eben und dann mache ich eine ganz kurze aufnahmepause schau mir an wie das wie das funktioniert mit den allein mit mitarbeiter einstellen weil irgendwie fand ich das jetzt sehr komisch bevor wir das machen gehe ich jetzt recht noch auf den shop und der passt und guck mal an ob wir da noch was lösen können sagen können wir kaufen zwei pc für oben ist ja jetzt auch nicht so das monster ding stehen man 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 krass richtig krass jetzt mal gucken wird glaube ich diesmal eine etwas längere folge hier weiß ich noch nicht muss mal gucken wie ich das später schneide aber das ist eine null nummer die wollen wir nicht so und immer lieber den da noch ein wenn man nicht lieber das alles ein bisschen blöd die null nummer ist halt hier nicht über den hier rein nehmen den hier rein dann machen wir einfach ende wobei dann fehlen uns die ganzen fetten punkte das nicht einfach so wir fehlen uns die auch noch den tausch ich vielleicht noch mit hallo den raus den acht kommen drauf gejuckelt so ein bisschen noch hier noch ein bisschen hoch ach wir haben jetzt viel mehr renner punkte mal so viel mehr ist es auch nicht leute leute das macht mich fertig ich gehe jetzt wenn das hochgeladen ist eben auf den shop und check das mal aus ob das geht ansonsten werde ich mir das mal online eben angucken wie wir das am besten machen können in der zeit geht der kevin noch mal kurz machen alle kinder machen genau oder so manchmal wenn ich mir selber zuhöre denke ich mir so kollege was sagst du da eigentlich manchmal aber ich glaube das geht an meinen kollegen auch so von daher sollte das schon in ordnung gehen nämlich an soja das hat so eine natürlich wieder sind jetzt gehen wir eben auf einkaufen und dann schauen wir mal irgendwie muss es ja funktionieren wenn ich jetzt hier hängen gehe da kann ich nichts machen da kann ich knallhart echt nichts machen ja leute tut mir sehr leid dann müssen wir das hier mal eben unterbrechen und dann würde ich sagen melden wir uns in ein paar minuten wieder in einem nach einem kleinen schnitt und dann quasi in der fortführung dieser session bis gleich ok freunde da sind wir wieder und ich habe mal nachgeguckt und schaut so aus als müsste derjenige erst mal ein paar videos bei uns machen ist natürlich jetzt ein bisschen blöd weil wir haben im moment selber nichts anständiges beziehungsweise ja gut wir verdienen halt ein bisschen geld das ach ne pc wollte ich gar nicht hin ich wollte eigentlich zu amazing on wir verdienen auf jeden fall ein bisschen kohle aber oder pc sagt das gibt es doch nicht 6 september das ist gut das ist neu das nehmen wir uns mit kaufen kaufen und schauen wir mal können ja noch reparieren ja doch der ist ja neu wir müssen reparieren können und dann wandeln wir am besten noch mit allison ein bisschen an weil das tut mir natürlich ein bisschen leid mit allen anderen sind wir so da wird es einfach viel zu lange dauern die laden wir direkt mal ein und da ist sie auch schon geht es mir mir geht es eigentlich blendend und ich würde jetzt gerne mit dir wieder ein bisschen flirten trotz alledem müssen wir gucken dass die kohle wieder rein kommt weil wir haben noch 1180 und das ist halt echt hart wenig ich würde aber gerne mit ihr einfach jetzt noch mal ein gemeinschaftsprojekt aufnehmen nein so hallo missy weg von meinem pc wir haben vielleicht zu oft die einladung abgelehnt haben wir es geschafft kommen jetzt einmal umarmen dann machen wir ein gemeinschaftsprojekt jetzt müssen wir es eigentlich haben an demselben computer ach guck mal da wie mein mitarbeiter zu arbeiten war nicht die beste idee ich entschied mich dafür dass es zeit war mein mitarbeiter einen eigenen computer zu besorgen damit wir beide zur selben zeit videos machen können bingo einmal nachgeguckt zack haben wir es das machen wir wir kaufen für 500 den standard pc jetzt wird es aber hart jetzt können wir sie erst mal wieder nicht einstellen ja super herzlichen glückwunsch großartig ein computer ist fertig zum aufnehmen es ist nicht der neueste aber man kann ihn noch aufrüsten danach musst du bei der videokonfiguration noch den arbeitsplatz auswählen komm hier können wir können wir machen jetzt noch mal ein gemeinschaftsprojekt wir brauchen die kohle und wir müssen gucken dass die abonnenten weiter steigen ja guck mal perfekt 100 sagt man 100 interesse die birnen gehen auch noch soweit klar dann wollen wir doch mal loslegen ist noch relativ neu das spiel das ist ganz gut und es ist für die uralte das ist ein kopfschuss während des springens erhalten ja war richtig sauber sauber das skript brauchen noch punkte ein bisschen absahnen können wir hier hier kommt noch weiter punkten sehr gut und hier auch noch mal tipptopp also das könnte glatt eine super runde werden hier den hätte ich mir nicht leisten können wenn man nicht ausgekommen lustigen kommentar das kann schon wirklich wieder knapp werden jetzt das wird knapp 8 wir sind bei 9 von 11 ist egal dann endet das video einfach mittendrin aber es gibt schon viele punkte ja das passt auch noch haben wir zwar keine punkte mehr für den abschluss aber das ist nicht schlimm wir gehen noch weiter bearbeiten dass sie ist jetzt aber halt nicht mehr unsere mitarbeiterin das ist halt dass ich wieder am back ich dachte ich hätte soundbuck das wäre es jetzt noch gewesen ich schon wieder schon wieder neu starten können manchmal ist es halt wie verhext mit der pc spielerei manchmal ist es wie verhext haben wir noch ein wo oben nur einer ist der hier der geht auf einen doppelten und doppelten einer oben nehmen wir leider nicht müssen die dicken punkte reinholen das ist auf jeden fall erst mal wichtig irgendwas was auf dem doppelten endet natürlich auch nicht immer den den haben wir den hier raus den und dann ja welchen immer denn dann wie sieht es denn hier so aus kümmer sound eigentlich nur auf peppen also nehmen der acting ist es ja nicht sound so farbensorten weicher focus hintergrundmusik das ist alles so ungefähr sich die waagschale hält aber das ist natürlich immer ein bisschen schwierig kriegen wir nicht hin aber 18 12 doch ist ist okay kann man machen kann man definitiv machen und das hat natürlich extremst viele leute die sich angucken wollen also ein sehr hohes interesse bei dem video das ist sehr gut und wir können langsam aber pennen gehen eine runde pettentüte bitte ziele habe ich keine mehr ich glaube das ziel war den computer zu beschaffen das hat ja auch ganz gut klappt ja er dessen kann jetzt gerade hier nichts machen ist nicht schlimm wir brauchen auf jeden fall erstmal kohle und ich werde zwischendurch mal gucken dass ich jetzt gleich wenn ich gegessen habe die freundschaft hier ein bisschen wieder weiter busche und für die dann auch wenn wir genug kohle haben direkt einstellen sind natürlich super fluchten und danach aber direkt wieder ein gemeinschaftsprojekt weil das ist jetzt hochgeladen und das wird jetzt nur na wer wird es wohl sein ne caitlin fans scheiße das hätte ich nicht gedacht ich dachte es wäre wieder kriege ich kriege ich sie eigentlich noch mal so weit also ich kann sie einstellen auf jeden fall aber ich glaube ich glaube das haben wir uns echt verkackt das haben wir uns richtig verschissen aber gut wir machen direkt das nächste gemeinschaftsprojekt das video am besten oder das spiel am besten noch mal ich habe das gefühl das spielt uns gutes gutes geld in die kassen wenn man das hier oben so sieht kann man das noch akzeptieren dass mal das für 110 bewerben ich glaube wirklich anders kann ich mir das nicht erklären wie man so penetrant geräusche machen kann hier so schön punkte abkrabbeln kommt feierlichen schrei der war es nicht aber es war auf jeden fall nicht schlecht so interaktiver ladebildschirm braucht kein schwein und immer nur die vier nicht dass wir nach hinten raus gleich wieder leer ausgehen das wäre ärgerlich aber scheint auf jeden fall gut zu laufen wieder immer die punkte gut hochgedrückt und je mehr punkte wir natürlich haben also je mehr von diesen glühbirnen wir zur verfügung haben desto mehr punkte können wir nach hinein dann natürlich auch verschwenden in höherwertigere karten und ich mache den abspann ach scheiße der war es nicht mal gut nun gut aber fast 500 dollar mit einem video und es es tickt noch leute es tickt noch hoch und wir machen direkt das zweite hinterher das heißt wir haben vielleicht über 1000 dollar mit dem ganzen spaß eingenommen was natürlich echt bombe wäre das können wir gut gebrauchen also richtig gut gebrauchen zwei unten ja valeria komm sag ich dazu nur bist mir ziemlich latte das klingt immer sehr harsch wenn ich das sage aber es ist halt es ist halt so mordschwer das rein es ist einfach so mordschwierig hier die leute irgendwie bei laune zu halten und dass das muss ich wirklich sagen das ist noch so ein kleiner kontrapunkt von dem ganzen spiel ist macht echt mega viel spaß ist ich finde es lohnt sich auch ist zu spielen nur immer dieses also man kommt halt nie zur ruhe man kann sich nie wirklich auf irgendwas konzentrieren ohne dass irgendeiner ständig dazwischen punkt ich will dass ich will die du musst mir das machen du musst mit mir das machen ich will mit dir auf die party wir gehen auf die convention sonst bin ich nicht mehr dein freund ja also ich habe mir ja gewünscht dass es mit den abonnenten im echten leben genauso wäre was ich mir wünsche dass es im echten leben nicht so ist und es ist gott sei dank nicht so schlimm wie hier in dem spiel ist die sache einfach mit den kontakten die kontakte die tut mir leid ich muss es einfach so sagen die facken einen hart ab die facken einen richtig hart ab so mal hier eben das ergebnis anzeigen 14 k positiv das ist natürlich auch hart so was haben wir hier sternchen bekommt sechs prozent mehr abonnenten mit gemeinschaftsprojekten jedoch ist eigentlich gar keine schlechte idee denn das machen wir jetzt öfter der kevin da schwebt da wieder mal direkt noch ein neues gaming video weil wir kommen wohl gut an die videos und das letzte war halt jetzt auch nicht so perfekt wie du musst freunde ach so weil sie sich jetzt gerade wieder hinsetzt ist auch noch nicht so hundertprozentig ausgereift aber ich glaube es ist das spiel dürfte sich glaube ich immer noch im early access status befinden also kann ich da gut verwechseln wenn sich da so der kleinen kleine ein oder andere pack halt ein mischt in dem moment was los so jetzt aber jetzt geht es sehr schön mensch 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 kommen hier wie sieht es aus ja das tickt gut hoch und wir kriegen halt auch richtig krass viel abonnenten dazu wir haben bei zehn millionen aufrufe das gefällt mir sehr gut ob man ihr vielleicht einen neuen haarschnitt verpassen kann das wäre auf jeden fall eine super sache weil das sieht ein bisschen pottig aus also sieht echt ein bisschen nach naja pot und einmal rumschneiden aus was sie da so auf dem kopf trägt aber gut es kommt ja nicht immer nur auf die äußeren werte drauf an das innere zählt so läuft bisher ganz gut möchte ich meinen bräuchte noch ein bisschen interaktions punkte zum beispiel dass das dem hier so noch mal neun das passt sehr fein die videos werden auf jeden fall immer immer besser und ich glaube das sind wir glaube ich bis auf einen komplett super durchgerutscht ins kino will ich das ich sag jetzt noch einmal ne es tut mir leid es tut mir leid aber wir müssen gucken dass wir hier vorankommen so schaut das denn jetzt aus was brauchen wir noch wir brauchen auf jeden fall diese blöden interaktions punkte und davon nicht wenig noch den haben wir noch einen besseren haben wir leider nicht ich tausche den ein gegen das und beende das dann hier unten auf dem dann müssen wir jetzt hier noch ein bisschen rein buttern hier sind noch in die musik investieren ja komm wir machen es einfach so das passt schon und immer noch 110 prozent interesse sehr gut es ist jetzt scheint es so als ob es wieder kommen würde also wir hatten jetzt gerade kein werbungsvorschlag wir hatten gerade so eine leichte durststrecke kurzzeitig intro mit 3d logo wir werden kreativ so jetzt gleich würde ich sagen wenn wir hier die 500 abkassiert haben und wieder bei den 2000 sind dann können wir uns das glaube ich leisten sie einzustellen es dürfte jetzt nicht mehr so lange dauern und dann tickte auch das nächste video schon wieder hoch komme ich mache es einfach mal nach geht es wieder nicht meist gesehen gibt uns immer ein bisschen xp sehr schön und dass wir die immer auf maximum halten müssen das ist echt der wahnsinn mann 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 jetzt das ist echt wie bei die sims das ist unglaublich so und mit dabei da einstellen 1120 die alte wird immer teurer so mach ein video jetzt mach endlich ein video versuchte ich einfach hier dran mit einem gameplay muss ich jetzt noch ein arbeitsplatz 1 ich möchte aber dass du auf zwei aufnimmst genau automatisch bisher ist ja nicht schlimm auch wenn die videos jetzt anfangs echt scheiße werden wir können den oben ja aufrüsten und in der zeit wo sie nämlich daran rumwirkelt gucken wir dass wir uns mal ein paar neue spiele abkrabbeln amazing on träumchen was ist denn letztlich rausgekommen hier pro evolution fifa aber ich glaube es macht mehr sinn für den der pc jetzt was zu holen damit sie auch an der konsole rumzocken kann aber da ist leider doch das hier ist natürlich wieder teuer obwohl das heißt teuer ich mein vergleich was wir nein ich bezahle nicht für einen angeblichen virus und ich nehme direkt video auf und sie schneide nämlich oben das ist eigentlich echt perfekt welches war das denn jetzt gott ach das ist ach wir haben sie noch gar nicht es ist ja sind noch nicht mal im briefkasten gelandet kein wunder da kann ich lange warten da ist es und jetzt kommt ihr nämlich zeitgleich mit ihr videos aufnehmen das ist sehr gut erst für schock vom 7 september er ist leider zu alt und ein hands-on für zu machen aber ist nicht schlimm so sie arbeitet um die arbeiten unten doppel einnahme ich glaube jetzt haben wir den dreh raus ich glaube jetzt haben wir fast den dreh raus mal gucken müssen wir mal gucken ob das alles jetzt so ich kriege ich habe hier immer so ein kartenpech das ist unglaublich es ist unglaublich sie macht wahrscheinlich gerade ein besseres video als wir ich könnte mir fast vorstellen ja es passt hier halt nichts zusammen ist und das ist der wahnsinn das ist der wahnsinn das gibt es doch nicht das wird dann richtig 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 beschissen ist das wird vorne und hinten wieder nicht zusammen passen jetzt können wir 11 investieren super und die videos werden halt echt immer länger die werden immer länger dann müssen wir langsam echt mal aufpassen pulle komio wir machen gehen hier kommt bitte naja so naja gut wir haben auch schon schlechtere gemacht aber eine glanzleistung war das jetzt definitiv nicht ich glaube sie ist fertig oben ist natürlich sehr gut sagt den dahin dann hier skriptpunkte einfahren den hierhin wir machen einfach jetzt mal ein kurzes video draus den rein den rein ja passt wird gerendert so 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 so